Heavy Machine Gun. Und noch ein paar Bullets. Ja, steh du mal da unten. Kein Problem. Oh, hau voll in die Granate, klar. Nicht nochmal. Nicht nochmal. Du, 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 du. So. Oh nein, nicht mehr so, aber okay. Schweine. Boah. Was gibst du? Irgendwas. Boss? Maybe? Nee. Oh, cool. Der Typ ist K.O. Aber das Fahrzeug noch nicht. Jetzt aber. Jetzt können wir wahrscheinlich noch mehr, ne? Jo. Komm schon. Yes. Und weiter geht's. Nö, nö. Hm. Nee. Heavy Machine Gun. Ähm, komm ich mal ein Stück zurück. Jo. Ich hab keine Bock, den Tod zu springen. Oh, null Punkt ist das cool. What? Wut? 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 Okay, everything went better than expected. Nö, 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 nö. Oh, explodiert. Fuck. Fuck. Und er verschwindet. Oh, schon wieder, ey. Puh. Ich muss mich dran gewöhnen, dass ich da nicht überspringen darf. Flugzeug. gut so schön haben wir noch um nach oben fliegen und unterschießen wir können gar nichts dank ach hallo flugzeug ja alle mit einer fünf drauf klont ihr euch alle oder was das ist doch der bot geil wie soll ich denn den scheiß ausweichen da ist der Tohu sogar noch einfacher da ist Tohu einfacher what the fuck so Tozu was hast du dabei wahrscheinlich oh ein paar granaten okay ich glaube ich hätte vielleicht für die paar Schüsse einen toten Winkel gefunden das war hier unten vor seinen Füßen was war denn das kann der eigentlich mal kaputt gehen ey boah ist das schlimm boah denn netter Name gut 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 drei missionen geschafft und schon zwei fünftel der leben fast verbraucht jetzt hier hier auf den gemüsewagen ich brauche mir das ganze essen weg wovon sollen die in leben die Der ist kaputt. Kommt er runter. Ach, dann eben nicht. Kann es knicken. Boom. Da liegt ein Rocket Launcher. Den will ich nicht. Ich habe noch genügend vom schweren Maschinengewehr übrig. Naja, er ist nicht gesprungen. Naja. Dürfte auch so gehen. Ja, jetzt habe ich endlich genügend gefressen. Jetzt bin ich fett. Ich finde es lustig. Das ist ein geiler Gemick. Den gibt es übrigens auch schon seit Metal Slug 1. Aber ich bin halt nie dazu gekommen, so viel zu fressen. Nein, jetzt bin ich getroffen worden. Und ich bin verschwunden. Wie denn nur ein paar Schicksal jetzt geht. Oh, und ich bin wieder fett. Juhu. Fettsack. For the win. Es ist immer lustig zu sehen, wenn der stirbt, dass er sich so auflöst. Und er peitscht. Was? Ich habe mir dran gedacht, dass man da stehen könnte. Natürlich, eine Granat hat wieder gereicht, ey. Ich lasse mich immer treffen, aber ich habe auch ziemlich viel Pech. Flugzeug. Ich habe ihn nicht. Nö, nö. Einfach die Dächer runterfahren. Kreischt so viele Volt. Aber ich glaube, dass die hier nämlich sieben Missionen hat. Das Spiel. Die das Spiel. Yes, not mit dir troffen worden. No, ich hab so viele Kanonenschüsse. Einfach nur durchfahren und ab und zu mal schießen. Die ganze Landschaft noch zerstören. Yeah. Rup. Boom. Warte mal, schießt der Panzer. Der schießt nach vorne. Er hat nicht mehr so einen komischen seitlichen Schuss, sondern er schießt nur noch nach vorne. Perfekt. Boom. Oder vielleicht sind das einfach nur andere Kanonen, die ich habe. Keine Ahnung. Ne, ne, ne. Ach, die Muck ist auch wieder gut. Oh, das ist der Boss. Ich stelle mich mal dahinter. Mit meinen Raketen treffen. Oh, das ist eine große Rumpenwurme. Eine richtig große. Okay, da kann ich nichts verletzen. So, da kommt jetzt was raus. Große Wumme. Nein. Ich wurde getroffen. Komm schon. Komm schon. Alter, wie verhalten sie denn aus? Wow. Sie halten eine Menge aus. Und hey, jetzt gibt es wenigstens mal ein paar mehr Punkte. Schön, wenn es mal ein One-Up gäbe bei einer bestimmten Anzahl Punkte. Oh, da kannst du nichts anderes machen, aus der Kanaten zu werfen. Warten, dann sprenge ich einfach die Autos in den Luft. Boom. Damit hast du nicht gerechnet, was? Auch nicht, dass ich hier einen Teddybär eingesammelt habe. Oh, ich könnte wieder fett werden. Nein. Leider nicht. Nein. Oh, ein Schwein. Danach vielleicht. Nein, auch nicht. Vielleicht dem Schwein. Oder den Schwein nennen. I wanna be fat. Immer noch nicht. Was zur Hölle. Weg. Weg. Gut. Ach, da stehen zwei genau hintereinander. Ist... Da standen zwei direkt hintereinander. Wie gemein. Ich dachte, ach, es ist nur einer, springst du über den Schuss drüber. Aber nee, da war noch ein zweiter, der den Schuss aufgegeben hat. Oh, langsam tut mein rechter Zeigefinger weh. Ich bin nur am Eins zum Schießen, Herr Mann. Au, voll reingelaufen. Volle kann um ein Fehler, ey. Nein, ich wollte doch springen. Lass die Schweine in Ruhe. Man braucht sie, um fett zu werden. Soll ich dich fett? Nein, du messest mich nicht. Ah, mein Finger. Ich musste irgendwie eine Turbo-Taste darauf auf die Eins setzen, damit ich nur die Eins drücken muss. Ja, ja, finde ich irgendwie besser. Mein armer Finger. Zack, zack. Geht doch. Runter. Nöt, nöt. Nöt, nöt. Nöt, nöt. Nöt, nöt. Nöt, nöt.